Hallo, ich bin hier im Denkmal der ermordeten Juden Europas und ja, draußen ist es eigentlich schön, eine schöne Sonne scheint. Hier genau sieht man sie, wie die Sonne reinscheint, aber dadurch, dass die Stählen so hoch sind, fällt die Sonne hier nicht mehr rein. Und das Gefühl, was hier vermittelt wird, ist halt ein Gefühl von Dunkelheit, von Hoffnungslosigkeit und es ist ein sehr interessantes Denkmal und etwas, was sich lohnt, live zu erleben, was sich lohnt, selbst anzuschauen. Denn wirklich das Gefühl, das hier erlebt wird, kann man nicht in einem Video erleben, aber wenn ihr mal nach Berlin kommt, dann könnt ihr es ja auch mal besuchen.